Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo und heute geht es um die heutige Folge von Transport Fever die fällt nämlich heute aus aus zeitlichen Gründen von mir. Ich hatte nämlich die letzten Tage abends sehr wenig Zeit und da konnte ich leider keine Folge aufnehmen. Es kommen ja heute auch zwei Minecraft Folgen, die kommen aber regulär auf dem 12 Uhr und 16 Uhr Senderplatz. Ich versuche morgen Vormittag, so gut wie es geht, weil morgen Vormittag ist Weihnachten, also am 24.12. noch was aufzunehmen, dass da um 8 Uhr eine Folge rauskommt und dann ist für mich der Tag sozusagen gelaufen. Da kommt noch die Minecraft Folge, das Weihnachts-Special und die kommt so circa ab 15.30 Uhr könnte sie kommen bis 20 Uhr oder ich sag mal bis 24 Uhr. Dann läuft ja auch noch am 24. das Adventsspezial aus und es wurde einer noch nicht bezahlt, das kommt aber meines Erachtens nach auch unter Die zeitlichen Probleme, die ich gerade habe. Es kann passieren, dass ich den Rahmen vom 24.12. bis 23.59 Uhr nicht halten kann. Es kann sein, dass ich auch danach das noch nicht überweisen kann. Leider. Ich schicke dir die Daten so gut wie möglich. Bis zum 30.12. hast du sie auf jeden Fall. So, das war es von mir. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt auf Arbeit und sage euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Übrigens, das Bild ist von einer Map, die ich mal vorher gespielt habe. Ist ja lustig. Hey.